Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder bei ParkWolf 6 und ja, wir legen direkt wieder los und gehen auf die Nordseite. Will ich hier hochkommen? Okay. Meinst du, Jose hat hier irgendwo einen Computer? Okay, was haben wir hier noch? Ah, jetzt mitnehmen, was geht. Wie ist denn hier einer? Da, da. Okay. Okay. Hörst du das? Schau weiter. Oh. Das ist nur knapp, dass er mich nicht gesehen hat. Äh, mir war da gerade was. Und hinten ist auch schön. Wird nicht so. Geh. Oh, mein Hund. Wieso haut der Hund ab? Okay. Wo komme ich jetzt hier rein? Oh, okay. Kein Passwort. Idiota. Mal sehen, was wir hier haben. Jo. 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 Hoe... Okay, was haben wir hier? Oh. Ich bleib hier und guck mal, was ich nachfinde. S sorts, Dani. Eine Blutrauschpistole. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ich muss gründlicher suchen. Ob wir jetzt hier unten reinkommen? Nee. Okay. Da liegt noch was nochmal mit. Okay, kommen wir nicht rein. Okay. Gehen wir wieder schön unten lang. Da dürften jetzt keine mehr sein. Moment. Nix, Moment. Ist tot. Ja. Ich dachte, ich habe hier alle blöd gemacht. Naja, scheint nicht so. Wir machen halt mal hier oben alles ein Blatt. Wir haben einen Sunny. Danke fürs Ablenken. So. Nenn ich aber es jetzt. Da müssen wir ein kleiner Pridolin. So. Alles klar. So, haben wir mit. Ah. Ah, okay. Je tiens. Lange commence. Boot. Okay. Dann weiter. So. Nee. Hier liegt aber nichts. Hallo. Oh, Blatt. Blatt. So, einmal nachladen. So, was haben wir hier noch? So, mit. Danke. Danke. Wo ist der Sturm? Da komme ich hier bestimmt nicht rein. Nee. Okay. So, sind wir hier unten. Sehr ruhig. So. Ah, was haben wir denn hier schönes? Wir sollten besser nicht versuchen abzuhauen. Die werden mir noch ein Fehler. Ich schwöre. Das war's dann also. Okay. Okay. Hilf mir mal. Ich hätte heute nicht rausgehen sollen. Aller Genuss. Fügt Schmerz und Leid zu. Hör mich hier raus. Muchas gracias. Mir wird's auch. Gracias. Jose ist ein Monster. Ich muss dann. Weswegen wir alle umfassende Verschiebtheitsklausel vertreten haben. Wenn sollte sich das hier herumbrechen... Esbada. Jose hat das hier als kleine private Folterkammer benutzt. Er hatte Parias da drin. Aber ich hab sie befreit. Infermomentale. Sollte mich eigentlich nicht überraschen. Aber gute Arbeit, Dani. Ich weiß, jetzt wurde Wissenschaft gearbeitet. Das Aschgesicht von vorhin. Sein Labor ist in Revmira. Wir sehen uns dort. Okay. Sagst du mir dann, was hier wirklich los ist? Ich sag es dir dann, wenn du es wissen sollst. Okay. Abgeschlossen. Wo soll ich hin? So. Da oben. Was ist denn hier? Bande. Okay. Eine Schnellreise haben wir hier. Das ist gut. So. Wenigst schneller da. Nächsten Auftrag. Ah, eine neue Guerriera. So. Geht's weiter. Die Arbeit wird nicht weniger. Äh, wieso? Verlaufen, Turi? Hör zu, Carlos. Ich weiß, du traust weder mir, noch Clara, noch Libertad. Oder den anderen Arschlöchern, die sie geschickt hat. Ich mach dir keinen Vorwurf. Uns kennt hier ja keiner. Da hast du recht. Was weißt du noch? Dass Napoleon El Pequeño euer Land gestohlen hat. Ich weiß, dass das Gift, das er auf eure Felder sprüht, eure Leute umbringt. Ich weiß, dass du krank bist. Und lieber stirbst, als um Hilfe zu bitten. Wirf bloß nichts weg, das dir nützen kann. Das Depot, in dem sie das Gift lagern. Brenn es alles nieder. Die Flugzeuge. Zum Besprühen des Tabaks. Nimm sie auseinander. Die Drucksprühe auf den Feldern. Töte sie alle. Alles klar, Hefe. Schick mir eine Postkarte. Aber eh die Postkarte da ist. So. Gehen wir jetzt mal. Achso, das sind mehrere. Okay. Wie haben wir sie noch? Zeig mal hierher. Ja. Immer mal ausrüsten. So, wie sieht es hier aus? Okay, da haben wir noch nichts. Äh. Können wir endlich kommen? Ne. Ich bin ein kleiner Sond. ich werde ich gesagt ich spreche kein hundisch amigo naja du hast bestimmt immer hunger was vielleicht magst du mich wenn ich dir was leckeres mitbringe gucken wir mal so das jetzt kam anlage so dass in die tabak war da hier dann so das geht gar nicht dazu ok die 100.000 600 blau war schnell so hin genau blase oder ist was schnell mehr blase würde ich mitnehmen jetzt habe ich noch lust so da haben wir doch schon was für wie ich hatte mal mit dem gift zu tun aber das ist sehr rücksichtsvoll von ihm so weit würde ich nicht gehen aber ich habe gesehen dass du kannst sie dir das foto an und beweis ihm dass du weißt was du tust ja und dann verrätst du mir deinen großen geheimen plan dann ich wusste nur nicht ob du vergiss es ich nähere mich hier einer gegen mit castillos gift such nach gelben behältern bei sprühkommandos und flugzeugen findest du das gift auch alles klar ich bin dran äh äh ich gucke erstmal muss so reinkommen danke für diesen segen alles mit ok normal wie soll ich da reinkommen ich muss leider da rein so rum wo rum wo Der Scheiße kann niemand mehr vergiftet werden Gucken wir mal, das ist weg, das ist weg Es reicht mir hier Ich habe ihn nicht verloren, das ist weg Ich bin der Schuss! 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 Irgendwas, wo ich... Jetzt möchte ich aber das Ding suchen. Jetzt geht das Ding hier nicht aus, oder was? Okay. Okay. Dann sind wir noch. Sorry. Okay. Da ist noch einer. Ja. Und noch einer. Sie können wir. So. So. Weg ist da. So. Kann ich den Triss jetzt hier ausmachen? Oh. Ist viel kaputt hier. Okay. Hier geht es uns doch nicht kaputt. Jetzt. Geht doch. So. Ich muss den Scheiß hier zerstören. So. So. Da ist noch was. Hier. Mal rein. Ziehen. Mal gerne alles mit hier. Mal alles zerstört hier. Hoffe ich mal. Oh. So. Soll ich rauslassen. Hm. Nicht das Gift. Sollen wir doch. Jetzt. Soll ich raus? Es ist noch etwas. Ich komme mal gar nicht rein, das sieht ok alles klar, da nie war ja, dann haben wir das ja ledig 450 ist das näher dann gehen wir mal das nächste zerstören dann gehen wir mal das nächste zerstören dann 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 l suffol dann verräter hier mehr du holzen Ja, muss da eine noch. Da hinten. Ich schütze auch noch. Komm her, gleich la schausschütze. Ja. Ja, alles klar. Was ist jetzt? Ja, war mal kaputt hier. Ja, haben wir jetzt alles? Nee. Wir gehen in den Flammen auf. Das würde Carlos sicher gefallen. So. Dann haben wir noch mal eins. Oh, was haben wir da? Erstmal auch mal. Auch mal direkt weg hier alles. Auch weg. Jo. Ich hoffe, dass da oben die Trainer ist. Ähm. Hmmmm So Ah komm 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 Ah komm 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 Ah komm komm And there we are We must never make it, we must make it Ah, I missed Okay Okay Okay, das hat mal Ne Schnitt, ne Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn's euch gefallen hat Gerne ein Däumchen da lassen, bis da Ciao Ja